Wir haben in der letzten Woche eine Überreaktion der Märkte auf die Aussagen von FED-Chef Paul gesehen. Dann hatten wir noch schlechte Konjunkturdaten aus den USA und wir haben die stärkste Handelswoche seit Beginn des Jahres gesehen, weil schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Also schlechte Konjunkturdaten sind gute Nachrichten. Und dann die Interpretation der Aussagen von Jerome Paul, die schon am Rande der kompletten Fehlinterpretation ist. Denn Paul hat alles andere gesagt, als das jetzt Schluss ist mit den Zinsanhebungen. Das ist die Interpretation, der Wunsch der Märkte. Jedenfalls sehen wir eben diese massive Rallye, die jetzt solche Extremwerte ausgebildet hat, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sehr hoch ist, dass in dieser Woche diese Extremwerte abgebaut werden. Ergo diese Rallye an ihr Ende kommt und wir dann einen Rücksetzer sehen, dass wir dann sehen, dass Leute Gewinne mitnehmen etc. 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 Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, wie sie gelagert sind. Und es sind solche Schlagseilen wie von CNN. Die Märkte steigen, nachdem die Fed eine Pause signalisiert habe bei den Zinsen. Nein, eigentlich ist das nicht der Fall. Paul hat gesagt, die Zinsen werden so schnell nicht sinken. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er vor allem gesagt, wir wissen nicht, ob wir die Zinsen anheben. Er sprach natürlich auch von den Financial Conditions, die hier eine Rolle spielen würden, nachdem die Renditen gestiegen sind. Aber in der Gefolge seiner Aussagen sind die Renditen ja deutlich gefallen. Jedenfalls hat Jamie Dimon von JP Morgan, der mächtigste Banker der Welt, gesagt, also er glaubt nicht, dass die Fed jetzt unbedingt schon fertig ist. Aber gucken wir uns mal Schlagzeilen aus der Vergangenheit an hier rechts. Hier sehen wir 13. September S&P gestiegen, weil die Fed-Pause hier gespielt wird. Wir haben sogar am 26. Mai solche Schlagzeilen angeblich hier in den Fed-Minutes wurde eine Pause signalisiert und so weiter. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist, dass also letztendlich diese Pause nicht gekommen ist. However, wir sehen jetzt eben die Situation, dass man sich sehr einseitig in diese Richtung positioniert hat. Und wir werden in dieser Woche einige Fed-Speaker sehen, inklusive zweimal Aussagen von Jerome Powell, die das Ganze vielleicht und wahrscheinlich sogar relativieren. Schauen wir uns mal diese schwächeren Arbeitsmarktdaten an. Das schien dann die Bestätigung zu sein für diese sehr eigenwillige Interpretation, dass man sagt, naja, die Fed ist jetzt fertig. Die waren in der Tat schwächer, sogar schwächer als die Headline-Zahl von 150.000 neuen Stellen das signalisiert. Denn wir haben vor allem die Abwärtsrevision der Vormonate. Wir haben 429.000 Stellen durch das hochumstrittene Burst-Death-Model hinzugefügt. Würde man das Ganze abziehen, nämlich 429.000, die mehr oder weniger frei erfundene, weil geschätzte Stellen sind, abziehen, dann hätten wir ja durchaus eine negative Zahl, die sich gewaschen hat. Dann hatten wir dann am nächsten Tag noch den ISM-Index-Service, der schwach war, aber die Preise waren hoch. Das wird noch wichtig. Jedenfalls hat man dann diese Aussagen der Fed higher for longer erstmal beerdigt. Ein kurzer Lebenszeitraum 2023 bis 2023. Der Dow aller US-Indizes mit der besten Woche diesen Jahres. Der Dow mit der besten Woche seit Oktober 2022, also seit einem Jahr. Und hier unten sehen wir mal die Erwartungen für die Fed-Sitzung im Dezember, 13. Dezember. 4,8% nur noch die Wahrscheinlichkeit von den Fed-Fund-Futures eingepreist, dass wir eine Zinsanhebung sehen. Aber was ist jetzt passiert, nachdem Paul gesagt hat, Market doing Fed's job oder sinngemäß gesagt hat, naja, wenn die Renditen jetzt so stark gestiegen sind, dann nehmen die uns ein Stück weit Arbeit ab. Das hatten andere Fed-Mitglieder vorher auch schon gesagt. Jedenfalls sehen wir, dass aufgrund der schwachen Konjunkturdaten und eben dieser Interpretation der Fed-Aussagen die Renditen deutlich gefallen sind. Wir haben jetzt die größte Lockerung der Financial Conditions in einem Jahr. Ja, und Bostik hat sich dann am Freitag schon geäußert von der Fed und gesagt, ja, also wenn die Inflationserwartungen steigen, dann müssten wir handeln. Das ist schon die erste kleine Drohung, könnte man sagen. Die Märkte hat es nicht angefochten. Hier sehen wir mal selbst eine Apple, die aus meiner Sicht miese Zahlen vorgelegt hat, vor allem einen miesen Ausblick vorgelegt hat. 5% noch im Plus, auch wenn man am Freitag nach den Zahlen dann im Minus war. Ja, aber hier die Taktik-Fische vor allem, die es wieder gerissen haben, aber schon eine gewisse Marktbreite, die wir jetzt gesehen haben. Wir haben, wie Herr Gopensack sagt, das größte Notional Net Buying seit Dezember 2021 gesehen. Driven by Short Covers, ja, also es sind Short-Eindeckungen, die dann vor allem diese ganze Geschichte so beschleunigt haben und auf solche Extremwerte getrieben haben. Hier sehen wir mal oben den S&P Future auf 4 Stunden Basis, unten der Nasdaq Future auf 4 Stunden Basis. Wir haben jetzt Extremwerte, was den RSE betrifft, also Überkaufteit, wie wir sie nur ganz, ganz selten sehen. Und jedes Mal, wenn wir solche Werte gesehen haben, kam es danach zu einer Korrektur. Hier sehen wir zum Beispiel die Aktien im Nasdaq über ihrem 5-Tagesdurchschnitt, 96%, absoluter Extremwert. Das ist ähnlich so, wenn die Märkte komplett ausgebombt sind, etwa nur 3-4% über ihrem 5-Tagesdurchschnitt sind, dann sieht man gerne eine Aufwärtsreaktion der Märkte. Und wir kommen ja von stark überverkauft auf jetzt extrem überkauft und das ist in so kurzer Zeit, das zeigt, wie extrem die Märkte sind. Und normalerweise ist das nicht das Charakteristikum eines Bullenmarktes. Ein Bullenmarkt funktioniert wie 2017, da geht es jeden Tag mehr oder weniger so 0,2, 0,3% nach oben. Hier sehen wir diese extremen Schwünge, Korrektur 12%, dann jetzt 6% in einer Woche wieder nach oben, weil angeblich alles anders ist. Ist es das wirklich? Jedenfalls sehen wir eben, dass Short-Eindeckungen der Fall sind, CTAs, die diese amerikanischen Vermögensverwalter hier kaufen mussten und vielleicht auch noch ein Stück weit kaufen müssen. Hier, Goldman Sachs sagt aber, das Gamma, der Dealer, also der Market Maker, ist jetzt so positiv, wie wir das seit Januar 2020 jedenfalls nicht mehr gesehen haben. Das heißt, die mussten aufgrund des steigenden Marktes mit Long-Positionen sich absichern, sind also jetzt extrem Gamma-positiv, sind also vollgesogen mit Long-Positionen, die sie als Absicherung für die Käufe ihrer Kunden getan haben. Und so sehen wir eben dann im S&P 500 auf 60 Minuten Basis diese Überkauftheit oben im RSI, die ein Rückschnappen wahrscheinlich macht. Vielleicht machen wir dann so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter, wer weiß es. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier die Bäume jetzt nicht mehr in den Himmel wachsen. Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass in kurzen Zeitfenster die Renditen auch nicht mehr fallen. Hier haben wir mal die Drei-Tages-Veränderung der 10-jährigen Anleiherendite. Das hat ja die Märkte so elektrisiert. Ja, guckst du, die Renditen fallen. Hier sehen wir einer der größten Abstürze der 10-jährigen Rendite, wenn man so will. Und das hat so ein gewisser Parallelen zu 1987. Damals sind ja nicht nur die Aktienmärkte kollabiert, sondern eben auch die Anleiherenditen stark gefallen, weil die Wachstumserwartung sich eben komplett verschoben hat. Was haben wir noch, meine Damen und Herren? Das sieht auch Stan Druckenmiller so, der ja gesagt hat, ich kaufe Anleihen, weil ich so pessimistisch für die US-Wirtschaft bin. Und hier die Argumentation, die er sagt, also wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir praktisch bei den Anleiherenditen so stark nach oben gehen und die Earnings would be flat, wir haben ja jetzt eine sehr, wie soll man sagen, durchwachsende Berichtssaison gesehen. Nicht wirklich katastrophal, aber alles andere als wirklich toll. Und wir würden dann 12-13% seit Jahresbeginn gestiegen sein. Dann hätte ich das nicht erwartet. Noch sehen wir unten im S&P 500, dass wir tiefere Hochs und tiefere Tiefs machen. Das kann sich natürlich ändern, wenn wir hier ein höheres Hoch mal erzielen. Aber die Märkte gehen jetzt davon aus, dass die Fed um 92 Basispunkte die Zinsen senken wird in 2024. Also um 0,92%, knapp 1%. Wir sehen diese Bewegung der Anleiherenditen auch dadurch, dass die Hedgefonds sich vorher nochmal short reingestellt haben, in Treasuries, also von steigenden Renditen ausgegangen sind. Die wurden dann komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Aber nochmal zurück zur fundamentalen Situation dieses Marktes. Wir haben jetzt die geringste Positive EPS Guidance seit dem ersten Quartal 2020, wo also die Unternehmen sich optimistischer zeigen als von den Analysten erwartet zum weiteren Verlauf der Dinge. Das ist also ein Warnzeichen, dass die Konjunktur hier nicht mehr wirklich gut läuft. Wir sehen hier, dass dann im Gefolge, weil viele eben sagen, ja, aber die fundamentale Situation verschlechtert sich, sind sie short gegangen, hier Hedgefonds vor allem. Und wir sehen, die Shorties hatten die schlechteste Woche seit fast zwei Jahren. Die hat es da also erwischt, aber sie haben in der Sache recht. Also ihre fundamentale Argumentation ist begründet. Was die Märkte daraus machen, kann zwischenzeitlich etwas anderes sein. Aber hier sehen wir mal, was Maersk macht, also praktisch mit die größte Container Raiderei der Welt, die ja jetzt 10% ihrer Leute entlassen. Und hier sehen wir mal den Kurs von Maersk, der, wenn man so will, ein Proxy ist für die Entwicklung der Weltwirtschaft, weil das ja ein weltweit tätiger Logistiker ist, der wirklich in so vielen Bereichen da eine zentrale Rolle spielt. Und wir sehen, da sind wir jetzt auf Tiefs, die wir im Grunde seit Corona nicht mehr gesehen hatten. Ähnliche, auch die Argumentation von Targets, der CEO, der gesagt hat, die Kunden werden sehr viel vorsichtiger, die geben nur noch für das Allernötigste das Geld aus. Wir sehen schwache oder die Sorge vor Nachfrageeinbrüchen bei den CEOs. Wir sehen Kreditkartendaten deuten darauf hin, dass die ganze Geschichte schwächer wird. Profit Warnings in den Earnings Calls nehmen zu. Rebound is at risk from a soaring US Earnings Outlook. Das ist das Problem. Aus meiner Sicht hat diese Rallye zwei Probleme. Erstens, oder drei sogar. Erstens, sie ist eine Überinterpretation dessen, was Paul wirklich gesagt hat. Selbst wenn die Fed die Zinsen nicht mehr annimmt, was ohnehin ja schon eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich war, wird die Fed sehr lange zögern, bis sie die Zinsen wieder senkt. Zweitens sehen wir, dass sich die Lage der Unternehmen verschlechtert. Warum sollen dann die Aktienkurse steigen, wenn die Unternehmen schlechter verdienen werden? Und drittens, wenn sich die Financial Conditions durch solche Rallys der Aktienmärkte weiter lockern, dann konterkariert das eigentlich die Absicht der Fed, nämlich dass der Markt das tut, was die Fed sonst tun müsste. Also muss die Fed Horkischer irgendwie wieder interagieren mit den Märkten. Und das könnte schon in dieser Woche kommen. Und das vierte Problem, oder das ist vielleicht mit der Verschlechterung der Earnings Situation praktisch impliziert. Hier sehen wir, dass wir eigentlich den typischen Kursverlauf haben einer kommenden Rezession und nicht die Rally, die wir normalerweise sehen nach der letzten Zinsanhebung, wenn es denn im Juli die letzte Zinsanhebung gewesen ist. Und so könnte man sagen, wie Jason Cummins, Hier sprach man ja lange vom neuen Normal, von ganz niedrigen Zinsen, Nullzinsen. Das sei das neue Normal, als die Notenbanken eben da interagiert hatten. Aber vielleicht kriegen wir jetzt das neue Abnormal, dass wir higher and more volatile inflation sehen, also dass wir eine höhere und tendenziell volatilere Inflation sehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Tendenz, die jüngste Tendenz ist nach dem Rückgang der Inflation wieder nach oben gerichtet, sodass wir dann strukturell höhere Zinsen eben dauerhaft sehen könnten. Und das ist das, was wahrscheinlich ein großes Thema bleiben wird. Mal sehen, was die Fatspeaker, wir haben in dieser Woche zwölf Fatspeaker, zweimal wird Paul sprechen, am Mittwoch und am Donnerstag sogar auch nochmal. Jedenfalls viel Fatspeak in dieser Woche, Konjunkturdaten jetzt nur von mäßiger Relevanz, Earnings Season auch fast vorbei, nur noch 10% der S&P 500. Werte oder Aktien werden oder Unternehmen werden berichten. Aber was sehr, sehr wichtig ist, wir haben jede Menge Anleiheaktionen in dieser Woche in den USA. Kurzläufer jetzt am Anfang der Woche, aber am Mittwoch dann eine 10-jährige US-Staatsanleihe mit riesigem Volumen. Da wird man sehen, wie die Nachfrage wirklich ist. Am Donnerstag haben wir dann eine 30-Jährige auch mit HUM, wenngleich nicht ganz so gigantischem Volumen, was die Emission betrifft, wie die 10-Jährige. Das wird interessant, deswegen rechne ich da mit einem Rücksetzer der Renditen wieder nach oben. Also, dass dieser Absturz der Renditen halt so schnell ging, dass da ein Rücksetzer wahrscheinlich ist. Wenn wir nochmal zur Geopolitik kommen, sehen wir doch, dass die Wahrscheinlichkeit einer direkten Konfrontation zwischen Hezbollah und Israel jetzt zunimmt. Blinken ist ja unterwegs im Irak gewesen, in der Türkei. Hier jedenfalls jetzt Warnungen, die die USA nochmal an Iran gegeben haben. Haltet euch raus, macht nichts. Die Hezbollah wird darauf reagieren, dass die Israelis in Jordanien ein Auto attackiert haben, angeblich seien da Terroristen drin gesessen. Die Hezbollah sagt, nein, da war eine Frau und drei Kinder drin von einem Journalisten und so weiter. Also, diese ganze Geschichte, jedenfalls der erste Angriff der Israelis auf ein ziviles Ziel, wenn man so will, im Libanon. Das war ja das, was Nasrallah, der Zbola-Chef, als Kriegseintrittsgrund genannt hat. Und jetzt ist bekannt geworden, dass er am Samstag eine neue Rede halten wird. Viele von der Hamas, viele Palästinenser waren enttäuscht, dass er gesagt hat, naja, der Angriff, der war ja von der Hamas organisiert. Damit hatten wir nichts zu tun, der Angriff auf Israel. Aber mal sehen, wie die Dinge sich hier weiterentwickeln. Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis, würde ich hier mal vermuten. Und dann, interessant, auch Korea hat jetzt völlig überraschend am Wochenende ein Schadverbot erlassen, seitdem die Aktienmärkte oder der Index der Cosby um 11% gestiegen, gut 6% ging es dann heute nochmal nach oben. Rechts sehen wir diesen Index, der jetzt nicht unbedingt gesund aussieht, nicht unbedingt superbullish aussieht. Im April sind Wahlen in Korea und man vermutet, dass die Regierung versucht, hier gute Stimmung zu machen, indem sie sagt, naja, aber Shorten ist verboten. Das wird die Liquidität an den Märkten signifikant verringern. Und die Erfahrung zeigt, dass Short-Verbote eher zu tieferen Aktienkursen führen, denn die Shorties sind ja auch potenzielle Käufer. Wer leer verkauft hat, muss dann irgendwann kaufen, tritt dann also wieder als Käufer in Erscheinung. Käufer fehlen ein bisschen der Bauindustrie. Wir sehen hier einen neuen Rekord. 22,2% der Unternehmen berichten über gestrichene Projekte im Bereich Immobilien. Im Vormonat waren es noch 21,4%. Und all das, da Immobilien doch ein nicht unerheblicher Teil sind, 10% des BIPs etwa, ist ein Belastungsfaktor. Wir dürften in diesem Jahr negativ sein, eine Rezession haben in Deutschland. Man hofft, dass es im nächsten Jahr weiter nach oben geht. Mal sehen, ob das passieren wird. Wie geht es an den Märkten weiter nach oben? Klettern die Kurse an der Wand der Angst nach der stärksten Woche des bisherigen Jahres. Großes, gutes Big Picture über die Entwicklung an den Märkten. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Ja, wir sehen erste Anzeichen einer Abschwächung von Apple und Co., also die großen Tech-Aktien, die ja bisher alles gehalten haben. Was wird jetzt passieren, wenn die Märkte glauben, naja, die Zinsen steigen nicht mehr? Dann könnten eine Sektorenrotation auch reinkommen, die sozusagen dazu führt, dass Aktien, die wirklich verprügelt wurden, Sektoren, die verprügelt wurden, jetzt gekauft werden, vielleicht auf Kosten eben dieser Fokussierung auf Tech. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber hier ein paar Argumente dafür. Also zwei Artikel-Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.